Herzlich Willkommen meine Lieben Dudes und Odin hier zu einem neuen Video zu Pokémon GO. In diesem Video will ich euch ein bisschen mal was über die verschiedenen Pokémon Stats euch erzählen, beziehungsweise wann es sich lohnt, ein Pokémon zu behalten und wann es sich eher lohnt, das Pokémon zum Professor zurückzuschicken oder beziehungsweise wann es sich lohnt, ein Pokémon zu entwickeln oder wann nicht. Und deswegen habe ich hier einmal so als Beispiel meine Pokémon an der Seite offen und ihr seht die Seite The Thilf Road, thethilfroad.com slash research, da findet man diese verschiedenen Sachen, einmal Species Stats, da sieht man, das habe ich glaube ich in der letzten Folge ja auch schon ein bisschen gezeigt, die allgemeinen Werte, also Grundwerte in Anführungsstrichen der verschiedenen Pokémon, ich weiß nicht genau, ob das jetzt aussagt, ob das die Endwerte sind. Ich vermute mal, es bedeutet eher sowas wie, das sind die Werte, die es im Vergleich sozusagen hat, also sein Angriff ist z.B. bei Firo, also das ist Habitat, ist ein bisschen mehr als mittelmäßig, genau wie seine Verteidigung, die ist ein bisschen mehr als mittelmäßig und seine Stamina, also Ausdauer oder Trefferpunkte, die sind nicht ganz so gut, genau wie bei Rethan, Arbok ist auch ein bisschen besser. Und man sieht hier bei den verschiedenen Pokémon, dass die sich mit jeder Entwicklung auch verbessern, das heißt, Pokémon mit mehr Entwicklung verbessern sich auch mehr, denke ich, und sind dadurch halt auch wesentlich stärker. Hier z.B. Defense, Blastoise oder eben Turtok im Deutschen, richtig hohe Verteidigung, relativ hoher Angriff, Stamina ist, hm, ist okay. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich ein gutes Pokémon finde mit viel HP, das finde ich ganz witzig. Pumme-Luft, äh, nee, das ist ja gar nicht Pumme-Luft, das ist Pipi und Pixi, ne, aber so heißen die. Äh, Pumme-Luft hat gar nicht mal so krass hohe Stamina, wie es hier heißt, äh, mittelmäßig, ein bisschen mehr als mittelmäßig und wenn man sich dazu das Pumme-Luft mal hier von mir anguckt, beziehungsweise ich hab's auf Knuddel-Luft weiterentwickelt, es hat 174 KP, was ähnlich gut ist wie, ähm, beim, na, beim Aquana. Wir gucken mal ganz kurz, wie sieht's denn bei Aquana aus? Aquana müsste hier unten irgendwo kommen. Lapras soll auch relativ gut sein von der Stamina, ja, ist okay. Äh, hier ist, ja, da sind wir schon zu weit. Da ist Aquana, auch so mittelmäßig, 260 ist da der Wert. Ich schätze mal, das ist dann auf dem höchsten Level der Wert, 260 KP maximal eventuell. Ähm, mein Aquana, wenn wir mal kurz mal nachgucken, hat gerade einen von 171. Also, mhm, auf dem Weg dahin. Ja, dazu nochmal eine kleine Information, äh, bezüglich der verschiedenen Pokémon-Level. Man, äh, kann sich das hier zuerst angucken. Mein Dragoran ist jetzt komplett aufgelevelt, äh, für mein Trainer-Level aber nur. Und da ist es so, dass ein Pokémon maximal anderthalb Level über dem Trainer-Level trainiert werden kann. Das heißt, mein Dragoran ist gerade Level 24,5. Ich bin kurz davor, auf 24 zu kommen. Dann könnte ich's auf, äh, 25,5. Sekunde, nachgedacht. Ja, 25,5 bringen. Das heißt, wenn drei, drei Pushs, sozusagen, dreimal pushen könnte ich ihn dann noch. Dann würde der sich um 150 Punkte, glaube ich, auch nochmal verbessern. Hätte er das mit 2500 oder so. Und, ähm, ja, das ist einmal das. Dann ist, äh, bekannt geworden, dass Pokémon aus den Eiern, und da können wir mal gucken, ob ich hier irgendwo eins finde, was ich aus dem Ei habe, maximal Level 20 haben können. Das heißt, wenn ihr mit Level 1 ein Ei aufmacht, kann das Pokémon-Level maximal 1 sein, oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es ist, die Eier sind erstmal begrenzt von eurem Level. Und sobald ihr über Level 20 kommt, ist das Pokémon, ähm, begrenzt durch, äh, ja, durch sein Level, also durch sein Level Nummer 20. Also 20 kann's nicht überschreiten. Das Macholo hier ist es nicht. Ich hab nämlich heute ein... Doch, hier, das ist das. Ein Macholo gekriegt. Und da sehen wir es auch so ein bisschen. Das ist nicht komplett voll. Ihr seht ja diesen Halbkreis, diesen Arc, wie auch immer, diesen Bogen sehen wir hier. Und der ist nicht komplett voll. Und ich glaube, der ist hier auf maximalem Level, also auf maximal Level 20. Ähm, zusätzlich gab's noch die neue Information, dass wilde Pokémon in der freien Wildbahn maximal Level 30 haben können. Das heißt, alle Pokémon, äh, die die Spieler ab Level 30 finden, sind für alle Spieler gleich, sozusagen, vom Level her. Also maximal Level 30. Das Macholo hier hab ich aus dem Ei, hat 608 WP, und hab ich, ähm, noch nicht gepusht und gar nix, ja. Also 90 KP, 608 WP ist richtig gut, würd ich mal sagen. Wir gucken uns das mal ganz kurz an, ähm, auf dieser Seite. Mal sehen, ob ich mal Hollow finde. Welche Nummer hat er denn? Ah, das sieht man ja nie, ne? Das ist schade. Äh, dit dit dit. Da muss ich auch immer mehrfach suchen, weil ich die immer ganz leicht übersehe. Da haben wir es hier. Mach, mach schau. Ähm, Attack ist okay. Dann kommt, also unterhalb, unterhalb von mittelmäßig, ne? Und dann wird's natürlich bei Machomai, oder Machomai, richtig stark. Stamina, na gut, er hat schon 90 KP, sieht eigentlich ganz okay aus. Jetzt kommen wir zum nächsten. Also, ich hab jetzt dieses Level 20 Macholo aus dem, aus dem Ei bekommen. Ich hab, äh, 25 Punkte, um es weiterzuentwickeln, also 25 Bonbons. Ist die Frage, lohnt es sich überhaupt, das weiterzuentwickeln? Und da gibt es diesen EV-Rater. So, hier aktuell hab ich Blitzer drinne, aber das, äh, ist irrelevant. Ich hab da mit ein bisschen was experimentiert. Wir nehmen Macholo und sagen, wir sind Level 23. Und jetzt müssen wir einstellen, ähm, welches Level das Pokémon hier ist. Ihr seht's, Level 12,5, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 20. Ich glaube, es ist 20. Jetzt kann man noch überprüfen an dem Stardust. Ihr seht hier unten, 2500, zwei Candy. Könnte in etwa hinhauen. Äh, wenn man weiterschaut, ist immer noch zweieinhalb. Da gibt's 3000. Also, wenn man es jetzt zweimal aufpowert, dann würde man sehen, 3000. Dann wissen wir, es ist wirklich Level 20. Ich geh einfach mal davon aus, dass es Level 20 ist, aus dem Grund, dass, ähm, das Maximal-Level aus den Eiern Level 20 eben ist. Und es sieht einfach danach aus. So, und jetzt tragen wir mal den Wert ein, was es hier hat. Ähm, und ihr seht, der Balken geht ziemlich weit nach rechts. Wir haben 608. Das ist ein richtig gutes. Nicht ganz perfekt, aber es ist schon sehr weit zur Perfektion hin. Und seine Hitpoints sind 90. Und da würde ich einfach mal sagen, das ist eines der Pokémon, oder ein Machop, oder Machop, oder Macholo, wie es im Deutschen heißt, das sich lohnt, weiterzuentwickeln. Da sieht man es einfach, ähm, daran, dass der Regler hier weiter, äh, bis 622 gehen könnte. Das ist das, sind die höchsten WP, also die Wettkampfpunkte, die ein, der ein Macholo auf dem Level 20 haben kann. Und wir haben eins, was relativ gut ist. Ja, also mit 608 ist schon sehr gut. Kann man sagen, könnte man nehmen. Und die HP sind auch sehr gut. Also klicken wir auf Rate My Pokémon und da heißt es, Attack plus Defense IV, und da kommt es nämlich jetzt gleich, was sind diese Individual Values, äh, ist 28 von 30 und Stamina 12 von 15. Hier heißt es, now that's pretty solid, man. You've got there almost perfect. Also das ist richtig gut. Könnte man einfach weiterentwickeln. So, das ist die Frage, ähm, inwieweit, oder wie groß ist denn jetzt so der Unterschied, oder was sind diese Individual Values? Ich glaube, es müsste Individual Values heißen, ne? Each, äh, each Pokémon in the game is unique. Also jedes Pokémon im Spiel ist einzigartig. Not only does each distinct species have base stats for attack, defense and stamina, but each individual Pokémon has additional unique values for those three stats. Also, es gibt sozusagen Grundwerte, die für die Rasse zutreffen. Jedes einzelne Pokémon derselben Art hat aber dann nochmal unterschiedlich, ähm, gute Werte. Ja, also, wenn man sich das hier anguckt, wir könnten ein Level 20 Macholo haben, was nur 488 WP hat, oder 1 bis 622. Und das sind halt sozusagen diese individuellen Werte. Genauso ist es auch mit den Trefferpunkten. Und, äh, da ist es so, hier oben, das ist, äh, die CP berechnet sich aus Angriff und Verteidigung, so wie ich das verstehe. Und die HP, äh, sind halt einfach nur Stamina. Und deswegen hat man es eben gerade ja gesehen. Ich bin auf 608 gegangen und da hieß es, gucken wir nochmal ganz kurz, 90, ähm, dass mein Pokémon ein Attack von Attack plus Defense IV, welch 28 von 30 hat, also fast perfekt und Stamina, na gut, da könnte noch ein bisschen mehr gehen, 12 von 15. Ja, also es sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das ist eines der Pokémon, die sich wirklich lohnen, weiterzuwirken. Und ich denke mal, das können wir einfach mal machen. Machen wir das mal, aber ganz kurz nachgeguckt. Ähm, nach Nummer sortiert. Wir schauen uns mal kurz an, ähm, welches andere Macholo ich noch habe. Ich habe hier diese. Und ich habe noch ein Maschok. Das können wir mal ganz kurz abchecken, wie gut das Maschok ist. Habe ich eigentlich schon ein genauso gutes Maschok schon gehabt? Lohnt sich das überhaupt jetzt, um mal das zu entwickeln? Schauen wir mal. Mein Maschok hier, da habe ich nicht rumgetestet, hat 1020, ähm, WP. Ihr seht aber, dass sein Level sehr hoch ist schon. Also, 3500 muss ich gehen. Hier in etwa. Schätze, in etwa ist es so, Level 23. Könnte durchaus sein. Und es hat nur 1020 WP. Und eine HP von 110. Was relativ gut ist, aber ihr seht, es ist eher im unteren Bereich. Das heißt, wir machen Raid my Pokémon. Und da ist Attack plus Defense 5 von 30. Das heißt, unter den Maschoks, was Angriff und Verteidigung betrifft, ist es sehr, sehr schlecht. Genau wie Stamina, wenn wir uns das angucken, 12 von 15. Ist in Ordnung, aber leider nicht Angriff und Verteidigung. Deswegen lohnt es sich nicht unbedingt, dieses Maschok weiterzuentwickeln. Oder zum Macho Mai zu entwickeln. Hier können wir es auch nochmal kurz gucken. Ihr seht auch, der ist auch Level 20. So wie das hier. Aber hat nur 585. Also, direkt mal wegschicken. Und der hier, naja, der könnte noch besser sein. 1900. Prüfen wir es auch mal. Warum nicht? Damit ihr so ein bisschen das Gefühl bekommt, was da hier eigentlich los ist. Es ist nicht Level 20. Das heißt, ich muss, um es aufzubessern, um es nachher auf das maximale Level von 40 zu bekommen, müsste ich halt mehr investieren als für ein Pokémon, was halt schon ein hohes Level hat. So, es hat 1900. Ich vermute mal, es ist Level 16. Es hat 412 HP. Und ihr seht, also sehr schlecht. Da gucke ich mir den Rest auch nicht an. Also, direkt wegschicken. Brauche ich nicht. Dann das Macholo. Das ist mir auch einfach viel zu low. Das schicke ich halt einfach auch mal weg. Rum. Was soll's. So, dann nehmen wir dieses Macholo hier mal und entwickeln uns das. Und schauen uns einfach mal an, wie das jetzt gleich von den Werten ist. Ich sage jetzt einfach mal, aus dem Bauch heraus, es ist wesentlich stärker als das... Also, was heißt wesentlich? Es hat bestimmt 100 Punkte mehr oder so, als das andere Macho... Wie heißt der? Machok. Was heißt der? Machok. Ich weiß es nicht genau. Gucken wir mal. 988. Oh, das war ne... Da hab ich mich geirrt. Ah, ne. Ah, ja, ja. Okay, ich dachte schon. Ne, ne. Ich hab mich nicht geirrt. Das Level ist natürlich unterschiedlich. Also, nochmal ganz kurz nachgeguckt. Hab schon gerade gedacht, es ist ja nicht dasselbe Level. Man musste natürlich also wieder aufpushen. Ist richtig. Gucken wir also mal hier. Kurz mal Level 20. Im Gegensatz zu dem anderen, das Level 23 ist. Ist also schon ein kleiner Unterschied. 988. Ja. Sieht sehr, sehr gut aus. Und Trefferpunkte 102. Also noch einmal gewertet. Zack. Sehr gut. Das heißt, wenn ich das jetzt hier ein bisschen aufpumpe, ein paar Level, wird es auf jeden Fall besser sein, als dieses hier. Und ich müsste es im Prinzip... Also, 1000 Punkte hat es natürlich nicht schlecht. Aber im Prinzip könnte ich es auch einfach wegschicken, damit ich das nachher nicht verwechsel. Oder ich push ihn hier einfach schon mal. Power up. Machen wir mal. 24 Punkte dazu bekommen. Also schon mal einen Punkt. Noch einer geht. Einer geht noch. Zack. Dann müsste er auf 3000 sein. 3000 Stardust und 3 Candy. Ja. Das heißt, wir haben jetzt zwei Punkte dazu gemacht. Also... 3000. Er ist Level 21 jetzt. Hat 1037. Also, das wird sich jetzt hier nicht verändern. Ihr seht, es macht keinen Unterschied, ob ich das Pokémon... Obwohl... Die HP sind die schlechter geworden. 11 von 15 durchs Pushen. Das muss man mal im Auge behalten. Das wurde jetzt hier ein bisschen anders gesehen. Oder habe ich das falsch gemacht? Nö. Eigentlich nicht. Okay. Vorhin hat es noch 12 von 15. Jetzt nur noch 11 von 15. Das heißt, er hatte beim Upgraden wohl ein bisschen Pech oder so. Ich weiß es nicht genau. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass sich das hier nicht verändert. Also, die CP bleiben immer gleich. Wir pushen es zwar, aber für sein Level bleibt es sozusagen immer in Anführungsstrichen an derselben Position. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ihr es vorher pusht und upgradet oder nachher pusht und upgradet. Also, es bleibt halt immer gleich. Noch mal ganz kurz geguckt. Fußkick und Überroller. Ich weiß nicht, ob das gute Attacken sind. Keine Ahnung. Wie sieht das hier bei dir aus? Fußkick, Überroller ist wohl Standard. Oder kommt es wahrscheinlich ziemlich häufig vor. Ja, das ist auf jeden Fall da so ein bisschen die Erklärung dazu. Diese Individual Values. Die betreffen halt den Angriff, Verteidigung und die Ausdauer. Und das führt einfach dazu, dass dass das selbe Pokémon am Spiel oder das gleiche Pokémon auf dem gleichen Level unterschiedliche WP hat. Und je besser natürlich die Individual Values sind, desto besser ist es halt für das Endresultat. Das ist schon mal ganz top. Was haben wir noch hier stehen? How do you, how do I know my Pokémon EVs? Die kann man halt nicht auslesen. Das hatte ich, glaube ich, auch im letzten Video schon gesagt. Man kann es halt nicht direkt so auslesen. Aber man kann es halt berechnen anhand der WP und so weiter. Die haben halt da ein bisschen Research betrieben und haben das halt alles berechnet. Und man sieht ja auch, dass das so ganz gut hinhaut. How do I get the correct Arc Position? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Man muss halt gucken, also wie kriegt man das hin, dass man die gleiche Position hier hinbekommt. Man muss halt ein bisschen Augenmaß haben, ein bisschen Gefühl dafür. Man muss einfach schauen, Stardust Candy. Ich habe ja eben gesagt, als ich zweimal abgegradet habe, dann müsste es 3.000 sein. Und das war es ja. Erst war es dann nochmal 2.500 Stardust und zwei Candy. Dann nochmal 2.500 Stardust und zwei Candy. Und jetzt sind wir auf 3.000 fürs nächste Upgrade. Und das heißt, wir sind tatsächlich bei Level 21 für diesen Pokémon. Und wir sehen halt, wie stark es genau ist. Wir können das hier schön abschätzen. Und falls ihr ein Pokémon habt, wo ihr sagt, so, Och Mensch, das hat ja richtig gute Werte, ne? Dann lohnt es sich auf jeden Fall ganz krass, das zu upgraden. Wir können doch mal ganz kurz schauen, wie es mit meinen Dragoran aussieht. Ob das wirklich so gut war, das Dragoran, was ich da entwickelt habe oder nicht. Das heißt, ich gehe auch mal hier hin. Zack. Links werde ich natürlich auch alle in die Videobeschreibung packen. Ist ja eigentlich nur ein Link. Das ist sylthrow.com slash research. Es ist maximal Level 24,5. Andere ich habe Level über meinen. Und ihr seht schon, 2375. Ah, ist 75 unter dem Maximalen. Also ist nicht das optimale Dratini gewesen, was ich genommen habe. Ich habe aber schon ein recht gutes Dratini genommen, finde ich. Und 126. Ja, es ist wirklich nicht optimal, was ich genommen habe. 24 von 30. Und 9 von 15. Also es könnte wirklich besser sein. Aber naja gut, einen Dragoran haben oder nicht, das ist eine andere Sache. Und ja, das war es eigentlich im Prinzip damit schon. Damit könnt ihr halt einfach so ein bisschen mal schauen. Ihr könnt es halt so ein bisschen nach Bauchgefühl machen. Wenn ihr mal schaut, wenn man irgendwie zwei Pokémon hat, die in etwa dasselbe Level haben. Na, dann habe ich hier irgendwie welche auf dem selben Level. Ja, die beiden. In etwa dasselbe Level. Ihr seht, der hat 1290, der 1318. Okay, der hat nur 110 Kp und der hat 114 Kp. Dann ist der offensichtlich wesentlich besser als diese andere, obwohl sie auf dem selben Level sind. Das heißt, es lohnt sich, diesen eher zu pushen als den anderen. Was aber noch dazu kommt, das ist natürlich eine andere Sache. Da braucht man natürlich auch nochmal Glück. Wenn wir uns das Dragoran jetzt angucken. Er hat Stahlflügel und Hyperstrahl. Ich bin mit Hyperstrahl nicht ganz zufrieden. Es lädt sich sehr langsam auf und macht halt natürlich auch gut Schaden. Aber es lädt sich halt einfach viel zu langsam auf. Wenn man welche hat, die in zwei Teile oder drei Teile aufgeteilt sind. Also wo man mehrere Balken hat. Ich habe hier im Prinzip nur ein Aufladebalken. Dann kann man die Attacke öfter benutzen. Wenn ich hier in der Arena angreife mit Dragoran, kann es halt sein, dass ich erst einen Gegner besiege. Bevor ich den Hyperstrahl benutzen kann. Und deswegen ist das halt ein bisschen blöd. Was eben dazu kommt ist, man hat vielleicht das perfekte Pokémon. Hat dann aber irgendwie ganz blöde Skills. Hier wäre irgendwie, so wie bei meinen Aquana hier. Schauen wir uns das mal kurz an. Aquavelle. Hätte Hydro-Pumpe sein können. Das wäre richtig stark. Aquavelle. Nicht so gut. Und deswegen. Es ist zwar von den WP her ein relativ starkes Aquana. Ich kann mir das auch ganz kurz mal angucken. Wie gut das Evoli war, das ich da entwickelt habe. Gucken wir mal. Wo haben wir denn? Ach, ich suche immer mich blöd. Muss doch hier irgendwo sein. Aquana, Aquana, da. Zack. Ist nicht ganz voll. Aber ich vermute, es ist Level. Wollen wir mal mit Power-Up. Dann wissen wir es genau. Ja. Jetzt ist es voll. Also einmal Level 24,5. Hat. 1918. Och, das ist okay. Das ist okay, würde ich sagen. Und 173. Das ist natürlich da extrem low. Von der Attack-Defense. 29 von 30. Das finde ich in Ordnung. Das ist richtig stark. Leider ist die Stamina relativ niedrig. Aber wenn man sich das nochmal ganz genau anguckt. Die WP unterscheiden sich schon relativ viel. 1.699 oder 1.971 ist schon ein großer Unterschied. Aber 171 oder 181 sind 10 WP. Äh, KP oder HP in diesem Fall. Das macht nicht so viel aus. Ja. Das ist dann nicht so der große Unterschied. Aber eben bei den WP macht das halt schon einen großen Unterschied. Und ich denke, da habe ich ein relativ gutes Evoli getroffen. Was ich da geupgradet habe. Ganz intuitiv. Ich habe geguckt, oh, welches Level. Wie viel WP hat es. Und das hat einfach so geklappt. Und, ähm, ja. Ich hoffe, euch hat das jetzt soweit ein bisschen geholfen. Es ist ein bisschen theoretisch in der Natur. Aber manchmal ist es halt so. Man man upgradet und guckt dann, hä, warum ist von dem das so viel besser als meins? Was hat das alles damit zu tun? Das ist, ähm, ja. Das liegt einfach an diesen ganzen individuellen Werten der einzelnen Pokémon. Damit bedanke ich mich jetzt erstmal wieder wirklich tatsächlich jetzt zum Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch hat es, ähm, geholfen. Und wir sehen uns dann bestimmt in der nächsten Folge wieder von Pokémon Go. Macht's gut. Bis dann. Tschuhu. Tschuhu. Tschuhu.